Um es kurz vorab klar zu machen, ich habe ab jetzt versucht, das alles in einem Rutsch aufzunehmen, bin aber gescheitert. Die Fragmente konnte ich nicht alle in einem Video machen, weil das Programm, mit dem alles zusammengeklebt wird, dabei scheinbar überlastet ist. Jedenfalls fand ich, dass der gestrige Abend ein der nicht schönsten Abenden war, die ich hatte. Schaut zu. Ihr wisst, wo ich bin. Und ich kann euch eines verraten. Ich werde diesmal, sag ich mal, eine längere Runde machen. Aus dem Grund, weil ich einfach nicht besonders viel Motivation habe, in einer Endlosschleife zu laufen. Darin habe ich keine große Interesse. Könnte ich irgendwo lang, abgesehen von oben. Oder ist hier oben. Muss ich das hier hacken? Bezweif ich auf einmal, es muss... Man muss da niemals was hacken. Ich weiß, dahinter ist was. Wie komme ich da ran? Das heißt aber nichts. Wo muss ich wieder hier rein? Ja, vielleicht muss ich was wieder hier rein. Schwerer machen. Ist mir egal. Die Datensammlung verläuft gut. Bevor die Masse mich abholt, werde ich hoffentlich eine große Menge Informationen an alle Aussenden, die noch zuhören. Die großen, schwebenden Kreaturen können nicht nur starke PSI-Projektionen ausstrahlen, sondern sind selbst PSI-Projektionen. Wenn man sie vernichtet, werden sie nur zeitweilig zerstört. Die wahre Quelle... Ich habe sie gefunden. Endlich. Ihr spricht Dr. Marie Delacroix. Ich habe wichtige Informationen für Sie, aber ich stecke im Frachtteiler A fest. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Alles klar. Ich habe wohl keine Wahl. So oder so. Dabei nehmen wir erst zwei Minuten auf. Ich habe das Gefühl, komm... Hier geht es zur Rettungskapsel. Der verdammte Wurm hat mir fast das Bein abgebissen. Oh nein. Weg mit dir. Busch. Soll ich... Ach komm. Oh, ich habe es geschafft. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Habe ich zufällig... Brand... Herrlich, ich habe Brandgranaten. Bitte, was ist das? Ein Sturmgewehr... Defekt. Wie lustig, da ich noch Platz habe. Äh, Barrieren. Geht doch. Kann ich das überhaupt benutzen? Ist das Sturmgewehrmittel mit der Sturmgewehr gut. Ich habe ein Sturmgewehr. Nein, danke. Ich habe ein Sturmgewehr. Das ist ein Ding. Aber weil ich kann. So, und was bist du? So. Upgrade ein, ein. So, ich bin in der Mitte. Tut mir leid, ich kann keine Gaube, du wensch. Oh, hallo. Keine Ahnung, ich spreche. So, da bin ich wieder. Und da sieht deine Kamera. Gut. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Ah, ist doch egal. Pfff. 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 Miserabel. Defekt. Miserabel. Okay, okay, schwer Na, brauche ich noch ein paar Punkte Ich gehe lieber doch auf springen Wir können sowieso nicht mal durch Gut, wie wärs, wenn ich hier noch mal speichere? Oh nein Wir nerven Oh, die saugen Munition sich auf wie Schwämme Kommt die irgendwie aufmachen Ich nehme an, man könnte, wenn man das wollen würde Juhu, rettet euch, los, rettet diesen Ort Ich habe eine Zugangskarte und Cyber Console hilft mir, also irgendwie hier Keine Ahnung Ja, bitteschön, so Alarm beendet Noch was, was ich haben sollte Oh Ist mir egal Was ist das? Was soll ich damit regenerieren? Das ist mir egal, dass hier ARK gespielt Ich habe noch Zeitmodule Ich habe noch Zeitmodule Nein Ja, ich habe noch Zeitmodule Tiefst Weg mit euch! Das verrate ich dir auch nicht wo ich bin. Ich weiß nur was da bei der Kamera ist. Was haben sie hier, was ist los? Hier stimmt was nicht. Kurenschkin hat sich auf Deck 3 verkochen. Er ruft einen nach dem anderen zu sich. Vogel, Boynton, Swidrick. Und kein einziger kam zurück. Wenn sie mich rufen, weiß ich nicht was ich tun werde. Und Bronson macht einen riesen Wirbel. Sie sind der oberste Flugoffizier, sie wissen was tun. Das würde ich ja, wenn ich nur wüsste was zum Teil weiter gespielt wird. Ich verstehe, ich kann nicht mit meinem Leben heilen. Bin ich für wirklich schon so maschinisch. Ich will ja auch das, nein. Hallo, ich bin nicht. Ich will dieses neue Missverständnis. Ich... Ich werde das genau das ist, was sie suchen. Ich muss sagen, sie haben einen guten Geschwack. Sehr gut. Oha! Eieiei! Mann, oh Mann! Hi! Gut. Aus dem Tropf gleich bestimmt was. Das ist das Beste was ich an dem ganzen Saal lustig finde. Du hast mir treu gewinnt. Ich übertrage die Cybermodule. Ich übertrage die Cybermodule. Wohhh! 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 Erstmal durchatmen. Gut. Ich bin... Was ich lustig in der Situation gerade fand. Ich habe ihn erwartet. Aber nicht so nah. Wohhh! Ich habe mich traditionell erschreckt. Das. Aber nicht weil irgendetwas spezielles ist oder weil es grusig ist. Nein, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich einfach ihn nicht erwartet habe. Na gut. Ähm, ja. Brandmagazin. Ähm, und der ist miserabel. Ist ja geladen. Finden wir es raus. Ähm, was werfe ich weg? Die Rüstung. Entladen. Und weg damit. Uh. Antitoxin. Was boomt eigentlich hier so. Hm. Ach egal. Aber wow. Jetzt habe ich wirklich... Ach, drei, zwei, sieben, drei. Ich habe den Tod der Verwaffungsstation auf. Acht, drei, zwei, sieben, drei geändert. Ich traue diesen Typen nicht. Und... Und... Du bist schon bei tot. Äh, ich hänge sechs. Zugangskarte. Und... Ein ausreichend. Ich habe wohl ein sehr gutes. Oh je... Ähm... Nein, danke. Oh je... Sei leise, du bist hier ein bedingendes Roboter. Oh je... Wir müssen weg. Die Rüstung. Oh je... Die US-Navy. Umso besser. Ich war nicht in den eigentlichen Räumen. Ich muss hier überall hin. Nein, hier war ich. Der hintere Raum, in dem ich nicht war. Und hier auch. Hier sind überall Räume, in denen ich nicht war. Was will man mit diesen ganzen Sachen von mir? Hm. Hm. Ja, gut. Wow, wow. Wer war auf Schnitt schon so ein Leben? Nein, das ist falsch, das ist der immer noch. Du hast immer so... Oh, wir sind eigentlich das Prismengut. Was ist das? Was ist das? Naja. Kein Interesse. Was hilft es mir denn schon eigentlich? Gut, meine ehemalige Ausbeute. Geht doch. Hm. Womit erlede ich am liebsten. Kann ich einfach irgendwie... Ja, das ist eine dumme Idee. Okay. Hm. Mikrofon ist an. Gut. Nicht, dass ich gleich wieder anmachen muss. Gut. Da klebt so ein... Bällchen rum. Und das ganze Boot hier. Ich hab ne Zugangskarte. Mehr brauch ich nicht. Jetzt geh ich hier runter und zeig's ihnen allen. Aber bevor... Nein, 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 nein. Ich muss die... Pistole... Die schäbig ist... Perfekt. Ähm, schäbig. Ja, mach ich überall die schlechte. Wie wär's, wenn ich lieber noch einen trinke? Oh. Was hab ich hier entdeckt? Nanu, da liegen ja Naniten. 17. Wow. Was für eine Ausbeute. Wie gesagt, mir ist es nahezu egal. Wie lange ich brauche. Weil ich das alles nur hinter mir haben möchte. Ähm... Was war's nochmal, als ich abgesammelt habe? Na, wer braucht das weg? Ähm... Gut. Sehr gut. Schäbig. Ich behalte sie einfach mal aus Prinzip. Ich nehme an, das ist nicht gesund, aber das ist nur ein Fenster. Lalalala... 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 Lala... Was kann ich noch benutzen? Ähm... Standard-Emission. Maniten und Ganaten... Ganaten... Technik brauche ich nicht. Nicht... Jetzt jedenfalls. Hä? Bin ich irgendwie... Energie erschöpft. Da doch, hier war ich schon. Ich habe keine Zugangskarten, die wir euch benutzen. Ich habe heute Morgen eine E-Mail von Korinschken erhalten. Er sagte, er käme zu einer Inspektion hoch. Als er ankam, war es... ekelhaft. Es war natürlich... Toli. Und er weiß doch nicht. Aber es war auch schön. Und ich gehörte dazu. Wir sahen uns vor. Uns allen. Und wir fühlten, dass wir Teil der Masse waren. Ehh... Wie kann man sich da gut fühlen, weil das man ein Teil einer der großen Glüppigen Masse war. Ach, hallo Spyro Proof. Ich glaube... Das heißt, dass ich Wappen nutzen kann. Die Stimmung ist auch so seltsam geworden. Nein, scheinbar ist das Husten doch nicht weggegangen. Ähm, wo muss ich hin? Nein, dahin muss ich schonmal nicht. Hier lang etwa... Der Kamerad zu urteilen? Schon. Nein, ich nehme Pistole. Und das höre ich dabei. Meyers ist wohl der Hauptverdächtige. Der Kerl denkt nur an Verschwörungstheorien und nackte Weiber. Klingt... Egoistisch. Hey, was erwartet man? Uh... Ähm... Wendigkeit. Wendigkeit. Wendigkeit? Wendigkeit? Wendigkeit habe ich nur zwei. Das kann ich aber nicht ändern. Jedenfalls glaube ich das. Gut, das sieht mir sehr verdächtig aus. Ich speichere nochmal. Ich möchte das schnell hinter mich haben. Ja, na gut. Ich operiere eben kurz die kleine Pistole hier. Moment mal. Hier verbrauche ich euch die Zugangskarte. Dankeschön Dracus, du leist mir gelebt. Du hast... Du hast mir treu gedient. Ich übertrage die Cybermodule. Dankeschön Dracus. Gelegentlich leiste ich mir mal dein Gedächtnis. Ähm... War hier nicht irgendwo... Erstmal das. Oh, wie kann ich das übersehen? Irgendwo war hier doch... Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Gab es nicht irgendwo eine... Eine Möglichkeit Strom aufzuladen? Wäre jetzt... Denn für mich sieht das hier aus wie ein typischer... Boss. Boss. leneci« guidance. cellularer Temp possibiliten uns sichern am liebend. Beste, könnten Sie beide inspirieren. Ich nehme dich an. Kannst du... Be computational, jetztbei bl站 würden Sie wieder. Kurz wissen, kurz wissen, kurz. Kurz wissen, dass sie alle Spiele spielen. Ich habe drei Schüsse. Ich bin froh, dass ich nicht nur drei... Mann, oh Mann, jetzt kommen noch Reketengeschütze. Final Showdown. Final Showdown, hahaha. Wie dem auch sei. Bald sind wir durch, hoffentlich. Was liegt auf dem Tisch? Eine Cyber-Konsole, eine... Ich habe keine Ahnung, ich muss mal mit. Gut, 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 ähm... Oh. Ich habe keine Batterie drin, zu schade, da ist man so eine Mission. Sehr schön. Bitte sagt mir, dass ich bald vorbei bin, denn scheinbar fangen jetzt alle an mitzuspielen. Was, was soll ich tun? Da liegt was unter dem Tisch. W-w-was soll ich denn tun? Hallo? Muss ich jetzt abstimmen? Hier bin ich noch nicht... Doch, ich bin... Doch, ich bin hier langgegangen. ...mitgenan... ...hab ich noch mal sehen. Abgesehen von dieser Kiste, Oh, die Karte. Die Karte kann mir helfen. Wo muss ich hin? Ich freue mich, dass heute wieder... Cybermodule übermittelt. Übermittelt. Kann ich auch. Die Frage ist, wo ist der Computer? Vielleicht hier ist das der Computer? Sieht mir nicht danach aus und da unten. Ähm, nein, das war... Gut, Frage. Habe ich das im Inventar? Nein, scheinbar nicht. Ähm, hier vielleicht... Nein, macht alles nur Beep, Beep, Beep. Ich muss noch nicht zurück, oder? Ähm, geh zu der Zentrale auf der Operationsdecke. Zentrale Operationsdecke... Moment mal... Ein Burserie-Sensor stehe. Bin ich denn in der Operation? Ähm... Ich bin dankbar für dieses Monster, was mir im Weg stellt. Das sagt mir nämlich ja, danke. Ich bin in die richtige Richtung. Komm schon, spricht mit mir. Spricht mit mir Monster aus irgendwelchen anderen Dimensionen. Hatte ich hier nicht irgendwo das Upgrading? Hatte ich hier nicht irgendwo das Upgrading? Hatte ich nicht. Da möchte ich dich nicht rein. Aber ich muss meine Waffen Upgrade. Ich möchte die Visionskanone benutzen.